Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr seht es ja am Thumbnail und am Titel, den ich mir so noch nicht ausgedacht habe. Wir sind wieder beim alljährlichen gleichen Thema SBMM. Jedes Jahr aufs Neue sind die deutschen Content Creator komplett überrascht davon, dass Call of Duty SBMM hat. Keiner von uns hat damit gerechnet, dass MB3 wieder ein skillbasiertes Matchmaking hat. Noch nicht. Öffnet die Tür. I don't see shit Das ist eine riesige Überraschung, nachdem wir es in MB19 hatten, in Cold War hatten, in Vanguard hatten, in Wars on Verdans hatten, in Rebirth Island hatten, in MB2 hatten und es ist eine riesige Überraschung, dass wir es in MB3 haben. Und selbstverständlich ist das das Hauptthema, über was man beim neuen COD sprechen muss. Es ist a, komplett überraschend, b, dann gibt es diese wunderbaren Aussagen, wir holen uns zurück, was uns gehört. Hä? Was? Oder, naja, es macht doch sowieso jeder. Hä? Nein? Manche spielen das Spiel einfach. Oder, es ist ja einfach nur Betrug an uns und deswegen müssen wir jetzt auch zurückbetrügen. Was? Was, was, was redest du? Hallo, was redest du da? Dieses Thema ist so heftig, dieses Jahr, dass während der Beta, die ich live gestreamt habe, Leute von unserer deutschen Warzone-Elite, so nennen wir sie ja, aus Spaß. Das Problem ist, dass viele von denen mittlerweile wirklich denken, dass sie zur Elite gehören. Und die Creator, die teilweise ein halbes Jahr einfach jedes Jahr verschwinden und dann pünktlich zum COD nochmal zwei Monate das Ad Revenue auf YouTube abgreifen und dann wieder verschwinden, weil dann ist weniger Geld zu verdienen, dass die sich mittlerweile so sehr in einer Gotteswelt sehen und ihren Skill dermaßen überschätzen, dass sie ein ernstes Glauben, dass wenn SBMM nicht wäre, sie in jeder Runde die besten Spieler wären. Und versteht mich nicht falsch, wenn ihr euch meine letzten, keine Ahnung, drei Jahre Content auf YouTube anguckt, werdet ihr sehen, dass ich eine der kritischsten Stimmen gegenüber Gameplay-Mechaniken bin, die gute Spieler beeinschränken und einer der größten Gegner von skillbasiertem Matchmaking oder, was es mittlerweile ist, EOMM, also ein Engagement-Optimized Matchmaking. Wir kennen dieses Thema und ich habe so viel darüber erzählt und Verbesserungsvorschläge gemacht. Ich bin es einfach leid, dieses Thema jede Woche aufs Neue zu besprechen, weil dann sowieso einem nur vorgeworfen wird. Man ist viel zu kritisch. Also habe ich mir es dieses Mal gespart, habe die Beta gestartet mit wenig Erwartungen und diese wenigen Erwartungen wurden aber immerhin, dafür sie wenig waren, trotzdem übertroffen. Die Beta hat mir persönlich Spaß gemacht. Und dieses Jahr ist man an einem Punkt, wo man in einem Live-Chat sich vor Leuten rechtfertigen muss, dass man einfach Spaß dran hatte. Es tut mir auch leid, dass das in euer Selbstverständnis von einigen Leuten nicht reingeht, dass jemand wie ich, der sehr kritisch ist gegenüber COD als Franchise, dass der einfach Fun hatte. Und es tut mir auch wirklich leid, dass das meine Meinung ist. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwas hypt. Dieses Wort ist schrecklich. Es nutzen nur Idioten mittlerweile oder sonst was. Sondern die Gameplay-Mechaniken, die wir in MV3 hatten, haben mir gefallen. Und deswegen hatte ich Spaß in der Beta. In normalen Lobbys. Keine SBMM-Noob-Lobbys oder VPN-Lobbys oder was auch immer man da sieht. Und ich hatte Leute, durchgängig Leute, wir hatten großartige Zuschauerzahlen. Ich bin ein kleiner Creator mit einer kleinen Community und wir hatten wunderbare dreistellige Zuschauerzahlen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es waren eigentlich gute Vibes. Wir haben einige Banger-Clips gehittet. Es war einfach eine geile Zeit. Jeder konnte irgendwie teilnehmen im Chat. Scheißegal, was für eine KD er hatte oder sonst was. Und da habe ich wirklich Leute gehabt, die aus anderen Streams von deutschen Warzone-Elite-Creatoren kamen. Die gesagt haben, ach, du spielst auch Neffen-Lobby. Und dann hat man gesagt, nein, ich spiele ganz normal. Ach so, mit VPN. Und dann hat man gesagt, nein, ich spiele auf der Konsole. Ja, okay, deine Teammates sind bestimmt alle unter einer... Und dann habe ich es erst gelernt. Unter einer 07er-KD. Und dann meine ich, nein, glaube ich nicht. Jeder ist eingeladen. Egal, wie hoch die KDs sind. Zumal man kann es ja in der Beta sowieso nicht sehen. Davon mal abgesehen. Und da habe ich erst gelernt, dass wir in der Voyage & Warzone-Creator-Community auf Twitch Leute hatten, die mit ihren drei Best Buddies, die alle hochgecrackte KDs in der Beta haben wollten, weil sie sich dermaßen selbst überschätzen, dass da Zuschauer eingeladen waren, als Neffen teilzunehmen. Aber unter der Bedingung, dass sie unter einer 07er-KD haben, damit das Matchmaking den Creatoren dann bessere Lobbys gibt. Es ist dermaßen peinlich, so etwas überhaupt organisieren zu wollen, damit man sich besser fühlt. Es ist wirklich dermaßen peinlich, weil A, SBMM war vorher klar, dass es dabei ist. Wenn ich wirklich strikt dagegen bin und so sehr, dass ich richtige Hassvideos darüber machen muss und immer und immer wieder, dann ist vielleicht irgendwann der Punkt, wo man zu dieser Franchise nicht mehr passt oder wo die Franchise nicht mehr zu einem passt. Vielleicht sollte man dann einfach was anderes machen. Ist natürlich das Schwierige, viele von denen verdienen ihr hauptsächliches Geld mit Twitch, weil sie keiner anderen Arbeit nachgehen. Und sie wissen ganz genau, wenn sie was anderes machen, haben sie keine Zuschauer mehr. Also verarschen wie Zuschauer halt. Leute haben dann in diesen Streams danach gefragt, ob das so Neffen-Lobbys sind, dann sind die dafür gebannt worden für die Frage. Und stattdessen, und ich habe es mir dann tatsächlich ein paar Minuten angeguckt und ich werde jetzt keinen Namen droppen, weil mir wird immer wieder gesagt, das soll ich nicht machen. Da sind dann irgendwelche random Freunde von denen mit im Stream gewesen, die nichts anderes getan haben, als in jedem zweiten Wort Hurensohn und sonstige Beleidigungen gegenüber Gegnern zu haben. Die saßen dann teilweise 30 Minuten in der Lobby mit den Neffen. Neffen, damit man eben einfache Lobbys hat. Und haben anhand der Gamertags entschieden, ob sie diese Runden spielen wollen oder nicht. Und sind dann zwei von diesen Gruppen bei mir mit meiner Gruppe in eine Lobby gekommen und sind nach zwei Toten rausgegangen. Und das Schlimme ist, sie beleidigen, sie pöbeln, das ist unglaublich. Dass Menschen sich das überhaupt angucken, fehlt schon unglaublich. Und diese Leute, die dann aber die Schnauze voll davon haben irgendwann, gehen von dort zu anderen Leuten wie mir, die ganz normal spielen und sagen, Ja, wie ist deine Meinung? Ich sage, ja, bisher gefällt es mir. Und dann wird man halt dafür niedergemacht. So, ja, ist der Neffen Lobby, klar, gefällt es dir. Und, oh, hast du deine Meinung gekauft? Was? Ich habe 20.000 Abonnenten. Nichts auf der Welt könnte Activision weniger interessieren, als meine Meinung zu kaufen, die übrigens in eigentlich jedem Video niedrig ist. Also wäre es schon sehr, sehr unterhaltsam, dass ich plötzlich gekauft bin. Nur, weil ich einmal sage, mir gefällt es, wie es bisher ist. Ja, es ist ein DLC und ja, es ist keine Weiterentwicklung. Es tut mir leid, Leute, trotzdem gefallen mir die Gameplay-Mechaniken, gerade nach einem Jahr wie MB2, wo alles absolut saulangsam war und wirklich für den größten Horst gemacht wurde. Und diese Creator sind aber auch so verheucherte Wichser. Wisst ihr, über SBMM tierisch aufregend. Aber das System mit einfachsten Mitteln umgehen, damit man absolute, absolute Bot-Lobbys hat, damit man mit World's Germans, First Nuke ever, what the fuck, irgendwie Videos hochladen kann. In der Beta, Meta-Waffen-Videos hochladen. Was, was, das, das kommt nicht in meinen Kopf. Und dann sind es aber auch gleichzeitig die Leute, bei denen ihr euch YouTube-Videos anschauen könnt, wo zu jeder Season der Battle Pass sofort freigekauft wird für 100 Euro, wo alle drei Tage das nagelneue Bundle gekauft wird und vorgezeigt wird, während man sich darüber beschwert, wie schlecht das Matchmaking in dem Game doch ist. Macht auf jeden Fall viel Sinn, dass ihr euch über das Matchmaking von Call of Duty aufregt, aber zu jeder Season, weil ihr Gratis-Content wollt, also Gratis-Content im Sinne von nicht anstrengen, einfach dann eben Bundles kauft und die präsentiert und damit Zuschauer dazu lenkt, dass die auf diesen wirklich dermaßen übertriebenen Hate-Train mittlerweile aufspringen, sich auch aufregen, während sie sich einen Battle Pass und Bundles kaufen. Und den normalen Battle Pass mit den 1000 COD-Points, man kauft sich den einmal und hat den im Prinzip, wenn man den Battle Pass durchspielt, ein Leben lang umsonst danach. Man zahlt nichts extra dafür. Aber den vollen Battle Pass für keine Ahnung wie viel Euro plus drei Bundles jedes Season, das sind 1000 Euro im Monat, für Creator super auszugeben. Man nimmt es ja wieder ein mit dem, was man eben an Werbekosten und so einholt durch YouTube. Aber es kann doch nicht sein, dass ich mich über die Gameplay oder das Matchmaking dermaßen immer wieder aufrege, das dann aber ausnutze für meinen eigenen Vorteil und währenddessen so viel Butter in diese Franchise haue, dass ich sowieso nichts dran ändere. Es ist so absurd. Und es braucht auch keiner glauben, dass Activision viel Geld damit verdient hat, das Game zu verkaufen. Die wirkliche Kohle wird mit Bundles und Battle Passen und Volt Editions und Premium Battle Passen gemacht. Nicht mit den 70 Euro, die man einmalig für das Game zahlt und dann ist vorbei. Wäre das der Fall, hätten sie MW2 Gameplay Mechaniken in MW3 drin gehabt. Die Verkaufszahlen von MW2 waren nämlich gigantisch. Die Spielerzahl war nur bei Null, weil wirklich außer der größte Horst, Uwe, Müller, Dieter, Kevin wollte sich niemand dieses MilSim-Gehabe großartig antun. Und umso weniger Leute aktiv spielen, umso weniger kaufen Bundles. Das ist eine einfache Rechnung. Und dieses Geheule von den Creatoren ist absolut schlimm. Es ist wirklich absolut schlimm. Weil ganz ehrlich, ich kann mich nicht über SBMM immer und immer wieder so sehr aufregen, eigentlich ein total durchschnittlicher Spieler sein, der sich auch darüber beschwert, dass er gar keine Bots in der Lobby hat. Und ich denke mir immer, wenn du elf Mitspieler und Gegner hast und du sagst, keiner von denen ist ein Bot, dann liegt es vielleicht daran, dass du einfach nicht so gut bist. Vielleicht sind all deine Kill-Rekorde auf irgendwelchen 05er Warzone-Lobbys auch dir einfach zu Kopf gestiegen. Und es ist super anstrengend, weil es wird noch ein separates Beta-Fazit geben mit allen guten Sachen und auch allen Sachen, die ich gerne geändert hätte und auch die ich kritisieren werde. Mir hat die Beta einfach mal Spaß gemacht wieder. Das letzte Jahr war schrecklich und Vanguard war auch schrecklich. Da hatten wir wesentlich gutes Movement. Und jetzt sind wir auf Karten unterwegs, die ich mag, mit Gameplay-Mechaniken, die mir zusagen, mit Perks wie Totenstille, die für mich Pflicht sind. Da funktionieren eine Minimap und einem insgesamt guten Gameflow. Und dann kann ich in der Beta auch als Creator offen und ehrlich sagen, es gefällt mir gerade. Das heißt ja nicht, dass ich das in den Himmel lobe oder so oder in den Himmel hype. Aber die Tatsache, dass man als normaler Creator, der damit nebenbei halt Geld verdient, wirklich nebenbei, eine positive Meinung zu etwas hat, was von solchen Leuten, die halt auch andere Influenzen, es sind Influencer, es ist ein scheiß Wort, aber es ist ja so, finde ich ganz schrecklich. Es hat mich tierisch genervt und geht ja weiter. Jetzt ist das Geheule groß. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Leichen, die sich vor einer Woche über SPM aufgeregt haben. Jetzt ist das Geheule groß, dass sie drei Wochen Modern Warfare 2 spielen müssen. So, Bros, ihr könnt auch was anderes machen. Ihr habt dann wohl weniger Zuschauer, aber vielleicht wird es an der Zeit, mal was anderes zu lernen, weil so klappt es nicht.